Erik, das ist nicht so, wenn ich... Oh, Mann, du Asi! Sag mal, bist du scheiße? Das steht da mitten im Weg, halt die... Ja, bist du blind in deinem behinderten Gehirn, oder was? Das steht mitten im Weg, halt die... Ja, was? Ja, stell das doch weg! Bist du blind, du eckiges Kind, oder was? Ja, bändig, und?